Wir haben nächste Woche einen Antrag im Plenum und da fordern wir Joker-Tage für Schüler. Joker-Tage heißt, dass die Schüler zwei Tage im Jahr ohne Begründung vom Unterricht beurlaubt werden können. Das muss man natürlich im Vorfeld anmelden an der Schule, aber man muss nicht sagen, warum man fehlt. Warum machen wir das? Arbeitnehmer können relativ locker ihre Urlaubstage auswählen und nach persönlichen Gründen einrichten. Schüler können das nicht. Schüler müssen immer angeben, warum sie nicht zum Unterricht kommen können. Und wir kennen das alle. Es gibt immer gute Gründe, die man gar nicht sagen will oder auch nicht sagen kann. Deshalb möchten wir, dass man zweimal im Jahr auch ohne Begründung fehlen kann. Und wir kennen alle aus der Schulzeit die Situation, dass Schüler da stehen, sie stottern, weil sie nicht sagen wollen, warum sie nun gefehlt haben. Das führt zu Lügen und zu Vorschieben irgendwelcher falscher Tatbestände. Und ich glaube, es ist auch ein Beitrag zur mehr Ehrlichkeit in den Schulen.